Hey Leute, hier ist Max und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich hier einmal Ash an meiner Seite. Was hast du heute mitgebracht, Ash? Äh, ich habe eine Fanbedingung dabei und wie ihr vielleicht sehen könnt, wir spielen hier heute Brawl Stars. Bevor es losgeht, lasst einen Daumen hoch, vergesst nicht den Kanal, es kostet uns haben, den Logs zu aktivieren. Ich würde sagen, es kann losgehen, Leute. Ash wird mich nämlich in diesem Video fernsteuern und das mit Brawl Stars. Das heißt, er kann entscheiden, wann ich... Haben wir es mal? So, ich würde sagen, Ash, ich mache einfach, ich spiele einfach und du kannst die Fanbedingung benutzen. Du kannst Pause, du kannst Stopp, da muss ich aus dem Spiel raus oder so. Oder ich höre einfach auf komplett. Du kannst sagen, ich mache schneller, langsamer, ich soll, also okay, weißt du. Und wenn du ganz lustig bist, kannst du auch sagen, dass ich irgendwas bestimmtes machen soll. Deine... Äh, mach schau. Deine Fanbedingung ist eine intelligente Fanbedingung, die kann mehr als Stopp, Pause, Play und so. Okay? Let's go. Also, ich öffne... Ja? Ich öffne 20 Boxen. 20 Boxen? Oh, ich hab 45. Ups. Als erstes 20 Boxen öffnen langsam, schnell. Ne, schnell. Schnell, okay, Leute. Let's go. Ganz schnell. Ich hab heute Morgen Klo gezogen aus dem Pusik. Was? Auf dem Handy von meiner Mama. Auf dem Handy von Mama? Wieso ist das auf dem Handy von Mama? Alter, meine Arme kann nicht mehr. Ist aber auch irgendwas... Oder mach das jetzt mal alle. Alle? Ja. Es hat schon Sinn, dass ich die... Na egal. Ich dachte mir, ich will irgendwie mal 1000 oder so haben. Gut. Oder auch nicht. Oh, Junge. Ich kann nicht gleich wenigstens irgendwie eine Runde spielen. Ja. Ey, das ist ja mal mega anstrengend gerade. So. Ist er überhaupt irgendwas sinnvolles bisher drin gewesen? Nee, ne? Denkst du, ich kriege den Brawler draus? Oh, für die Seite. Denkst du, ich kriege den Brawler draus noch? Vielleicht? Ich kann noch ein paar ziehen, glaube ich. Ich kann vier oder fünf noch ziehen, tatsächlich insgesamt. Die anderen musst du mir freischalten. Die gibt es irgendwie ab 8000 Pokalen oder so. Das fehlt mir tatsächlich. Und auch habe ich noch nicht so viele Pokale, wie man unschwer erkennen kann. Hallo, kannst... Irgendwann ist auch Stop. Okay. Also wenn du, wenn du willst, ich aufhöre. Kleiner Tipp. Kannst du aufhören langsam. Also... Ich möchte nicht alle öffnen. Hallo? Du kannst auch auf Stop drücken. Du hast die Ängste, die Fernbedienung dafür da. Oh, Junge. Ja, gleich. Gleich. Gleich bin ich fertig. Kannst du jetzt bitte einfach. Einfach. Oh, auf Stop drücken. Äh. Es sind... Es sind... Ich will doch nur ein paar behalten. Egal. Ich glaube, ich gebe es einfach auf. Ich werde auch nichts behalten können. Wieso mache ich das Video dann überhaupt? Nee, nicht jetzt. Ey, nee, egal. So, weiter geht's. Ich habe noch... Wie viele sind das noch insgesamt? Oh. Jo, Leute, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Ich bin gespannt, was Ashley hier noch einfallen lässt heute. Am Ende mache ich was krasses. Am Ende machst du was krasses? Ja. Alles klar, ich habe Angst vor dem Ende. Ich glaube, jetzt ist es zu Ende. Spaß, weil du leid auf jeden Fall bis zum Ende dran. Ich würde sagen, lasst einen Daumen nach oben, da falls du nicht getan hast. Die letzte Truhe ist das. Und es ist natürlich nichts Schönes drin geblieben. So, Ash. Ich werde sagen... Bisschen. Ich gehe jetzt einfach in eine Runde rein, okay? Warte mal, wie viel? Stopp, stopp, stopp. Stopp, zurück. Ja, ja, ja. Wie viel hast du schon an dem Spaß? Nein, nicht drauf drücken. Ich bin gerade weiter zu sparen. Okay. Oh mein Gott, lasst es bitte, okay? So, ich würde sagen, spielen. Du musst mir das sagen. Stopp, 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 stopp. Hallo, ich will auch ein Spiel spielen. Mann. Darf ich das jetzt machen? Stopp. Echt jetzt? Ich kann nicht stopp. Okay, also, du musst mir jetzt sagen, ob ich schnell laufen soll, langsam laufen. Scheiße. So. Was habe ich? Okay, ich spiele einfach. Und du sagst mir langsam, schnell. Ja, ich merke gerade, es ist echt schlimm gerade. So, jetzt geht es hier. Hä, Junge, nein. Nein, ey. Ich mache es noch gar nicht. Das ist ja sehr sozial von dir, Mann. So, der erste ist weg, trotz echt schlechtem WLAN gerade. Ich seh gerade übelst, ne? Ich merke es auch, ne? Oh, ist hier. Ah, falsches WLAN drin. Ja, moin. Das ist einmal ganz kurz am besten raus schnibbeln. So, jetzt soll es funktionieren. Ja, moin. So viel dazu. Was ist denn das hier gerade? Ash, gehört das zu dir? Zu dem, was du gerade hier machst? Was ist denn das? Ich komme gerade echt nicht drauf klar, Mann. Hey, ich bin noch verbunden. Ash, sicher das... Hallo? Hast du das WLAN? Hast du das WLAN kaputt gemacht? Ich muss Brossers, Leute. Ich würde sagen, kleiner Fail am Rand. Ich hoffe, das kommt hier nicht von Ash, das Ganze. So, Ash. Hier wollen wir jetzt loslegen, so richtig? Jetzt geht es, jetzt geht es kaputt. Hey, ich bin noch drin. Okay. Oh mein Gott. Langsam gehen. Langsam gehen. Wie langsam denn? Langsam. Okay, ich gehe einfach langsam. Kann ich nicht bitte wenigstens ein bisschen schneller gehen? Showdown! Okay, ich will den hin. Geh zu dem hin. Okay. Ja. Kann ich bitte schneller gehen? Kann ich nicht mehr gehen, ohne zu schießen? Stopp. Hallo? Hey, komm. Das kannst du nicht... Hä? Der schießt. Hä? Der ist doch zu dumm. Du hättest... Nein, egal. Ich werde, glaube ich, kein einziges Spiel gewinnen können, obwohl ich bin auf Platz 2 geworden, ohne irgendwas zu machen, mit Internetproblemen, allem drum und dran. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Aber gut, ich würde sagen, wollen wir doch mal in den Shop gehen? Ich würde sagen, ich gehe mal mit dem Finger durch und irgendwann sagst du mit der Fernbedienung Stopp, okay? Okay, okay. So, Ash, also ich gehe jetzt in den Shop, gehe mit meinem Finger drüber und du... Oh, eine Gratisbox gibt es heute gratis. So, Ash, ich gehe jetzt in den Shop. So, du sagst gleich Stopp, okay? Du machst Augen weg, Augen zu. Ich auch. Und einfach irgendwann sagst du Stopp. Und dann mit dem Finger, wo ich drauf bin, das nehme ich. Stopp. Ich war da auf diesem Wikingers... Nee, weißt du, ich mach das nicht mal, wir mach das nicht mal. Okay, nochmal. Wieso ne... Hä, alles klar. Warte mal, ganz kurz, ich muss jetzt kurz stumm stellen, das Ganze. Damit ihr nicht die ganze Anfragen bekommen. So, ab in den Shop, würde ich behaupten und jetzt, Ash, nicht hingucken. Aber du musst auch weiter scrollen, ne? Ja, mach ich. Stopp. Eine Megawox für 1000 Wunder kann ich mir nicht leisten. Kannst du dir nicht leisten, dann kauf das. Was? Warum? Ich hab da nicht mal aufgedrückt, Mann. Also, ich hab da nicht raufgedrückt. Warum soll ich mich jetzt kaufen? Ist ferngesteuert. Gut, okay. Alles klar. Warte mal, Ash. Dann fernsteuere ich mal schön weiter. Kannst du? Was kann ich jetzt, ja? Ich soll dir das holen? Ja, schön, schön. Ja, mach. Ich kann dir nicht Nein sagen. Warte nur sechs. Wie soll ich dir Nein sagen? Fünf verbleibende Gegenstände. Ich kann... Einfach nicht so. Was machst du? Ich spiel doch hier gerade. Du sollst mir doch nur fernsteuern. Schlauzen weg hier. So, jetzt die beiden noch mal. Wie man merkt, Megaboxen werden aufgemacht. Ash kommt direkt ran. So, die zweite kommt jetzt direkt hinterher, oder was? Ja. Alles klar. Mal schauen, ob wir da irgendwas drin haben, was gut ist. Oh nein! Wir machen so lange, bis wir eine sechste haben. Willst du mich verraschen? Alles klar. Ich würde sagen, ich hole mir noch eine Megabox. Ich kann mir keine kaufen. Ich kann mir nicht noch eine kaufen. Ja, aber die machen so lange, bis wir eine sechste haben. Was soll ich denn jetzt machen? Ich habe doch keinen... Ich will mich aufladen. Was? Für 21,99. 21,99? Mhm. Alles klar. Oder willst du lieber für 4,55? Ob ich das will? Hast du mich das gerade gefragt? Ja. Wahrscheinlich will ich das, oder? Soll ich das machen? Oder nicht? Musst du mir jetzt sagen? Ja, okay, mach, mach, mach. Und gucken, ob das wirklich was ist. Autsch. Also Leute. Guck mal, ob das wirklich was ist. Für 55 Euro. Ash hat gesagt, ich soll mir das holen. Oh! Da kann man nicht Nein sagen. Also ganz im Ernst. Wenn ich jetzt Nein sage, das wäre doch auch Längen. Ich kann auch nicht einfach Nein sagen. Wenn du sagst, ich meine, wir machen hier das Video ferngesteuert sein. Ash hat mir 55 Euro holen. Hol ich. 950. Ich habe insgesamt 1387 Juwelen. Was soll ich jetzt holen? Megaboxen. Megaboxen. Alles gleich. Ich habe schon gedacht, dass das... Also ich habe gehofft, dass das Ganze so in der Spielebene bleibt. Dass einfach im Spiel Ash sagst du ja von wegen, ja stopp, geh nicht weiter und so. Das ist langweilig. Nur das ist langweilig. Nur, nur das Spiel ist langweilig. Guck mal. Ey, das ist doch mal mega ätzend, dass ich jetzt hier... Wie viel Geld war das? 55 plus 22 plus 10 ist zu viel. Das weiß ich. Das ist einfach too much. Aber immerhin kriege ich ja noch ein paar Gewählen. Ey, die kostet einfach 80 Stück das Ding. Wie lange soll ich das jetzt öffnen? Bis die Jams weg sind. Achtung mal hier. Das kannst du mir nicht antun. Ich hätte auch... Da habe ich wenigstens ein paar behalten. Komm schon. Seid. Danke für nichts. Okay. Also Leute, ihr habt es gehört, ich darf nichts... Wann 6? Nein. Sonst hätte ich auch einen Brawler bekommen, wenn er 6 drin sind. Ey. Ich habe ein Video übrigens mal... Ich hätte es mal 7 gehabt. Ich habe nicht gecheckt, dass er 7 drin war. So. Ey. Ich... Wir machen so lange, bis du da wegsteht. Es tut doch einfach nur noch weh, dass... Also... 80 Juwelen. Was kosten 80 Juwelen überhaupt? Wenn man sie kaufen würde? 80... 5 Euro... 5 Euro 50... Pro Box... Wir waren keine 6, oder? Ne. Ey. Das ist doch... Wir machen so lange... Wie? So lange? Bis die 6 kriegen? Ich kaufe mir danach noch mehr. Doch. Sehe ich aus, als ob ich hier... Ist ich einfach... Geldbaum habe? Ne. Ich denke nicht. Ey. Komm. Kann mir diese tun jetzt einfach einmal selbst geben, bitte? Ey. Ich kann es nicht einfach sagen. So stopp oder so. Ich meine... Du bist auch ein netter Bruder. So. Da kannst du schon mal einfach fair sein. Und einfach sagen. Ne. Hör einfach auf. Du verschwendest hier dein Geld. Du darfst das nicht weiterspielen oder so. Ich meine... Kannst du sowas nicht irgendwie mal bringen? Ich habe nicht mal mehr Juwelen jetzt. Das war... Ich habe alle verbraucht. Alle. Alle. Alle 1000... Wie viel war das? 1387. Ich weiß es nicht mehr genau. Irgendwas mit 1000. Ne. Dann würde ich an der Stelle mal noch mehr auf. Ne. Ich kaufe mir doch jetzt nicht noch mehr Juwelen. So viel denn bis hier 6 und 5. Was scheint. 55 Euro plus 22 Euro macht 77 Euro. Plus noch mal. 11 Euro macht 78 Euro. Äh 88. Habe ich jetzt richtig gerne. Ich weiß es nicht. Ne. Dann nochmal. Ich habe 9 Juwelen Leute. Ne. Was soll ich jetzt machen? Außer noch eine Box kaufen. Ich habe da echt schon was drauf. Hallo. Dafür? Ja. Dreh weiter. 22. Ernsthaft? Ja. Oder meinst du nicht mal für 55? Ne. Vergesst. Ne. 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 Komm. Das kann man jetzt echt nicht. Was sag ich jetzt? Sag jetzt bitte. Kann ich für den. Alles klar. Ash. Es ist echt. Ne Katastrophe. Bis wir 6 haben. Ja. Ich merke schon. Bis wir 6 haben. Ja. Also. Komm. Diese. Können die mir nicht einfach mal bitte. 6 jetzt geben hier. Das wäre sehr nett. Ich kann mir nur noch. Ich kann nur noch. 1. Ne. 2 öffnen. Mega Boxen. 6. Bitte. Gib mir. Bitte. Es wäre. Oh. Nein. 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 Einfach nein. So. Bitte. Komm. Das ist doch. ich habe mitleid bitte sagt jetzt einfach bitte das wird doch nicht ich kann noch zwei große boxen die perfekte wenn wir die zwei großen boxen wie viele verbleibende müssen darin sein wenig gold 40 schade also gut leute ich würde sagen an der stelle beende ich das video kannst du nie einfach nein leute lasst einen daumen du kannst du die große box kaufen die bekomme noch wenig davon ist das nicht das sternstaub zeug was man voll nicht so oft bekommt das ist ja nicht so relativ selten im spiel ganz im ernst ich nein ich hab nein 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 einfach nein so leute lasst auf jeden fall da oben da schaut auf jeden fall bei er schon weil lasst nicht den kanal kostenlos und zu abonnieren ich würde sagen ich bin das video lieber an der stelle ganz schnell wir sehen uns beim nächsten mal ein bisschen lang genug dass ich hier genug geld auszugeben absagen gibt es nicht was aber wir machen noch eine abschließung weg ist es okay wir haben die nun in die hand was ist denn das mit den bildern hier heute ist also hier gibt es ganz so viele sachen wo ich mir denke nie einfach mal darf ich wenigstens normal spielen richtig großzügig heute hier ganz ehrlich richtig nicht ich kann nicht mal hier spielen was ist denn dass sie gerade okay ich glaube zum nächsten okay das ist weder sowohl das ist das denkt man sich auch nur so schießt 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 ok geschossen übrige brawler ich ver- ich gewinne hier gerade sogar obwohl ich so absolut grenzwertiges mir dann habe da geschießen ja ist hier wirklich moore ist richtig Galileo musste leute wenn das nicht mal ne geile abschlussrunde war lasst auf jeden fall dauerbach oben ich würde sagen das war echten fis des video ich will nicht sagen dass ich jetzt evсы bisher aus wie habe oder so, aber vergiss, ach komm, also es hat glaube ich überhaupt kein Ende, ne ich kann keinen öffnen, lasst ein Like, jetzt, nein, nein, einfach, ich will nicht noch, nein, 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 stopp, stopp, bis zum nächsten Mal, euer Maximum, tschüss, tschau, 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 tschau.